Meine Gedanken und mein Mitgefühl sind bei den Verletzten, den Opfern und ihren Angehörigen. Wir sind im engen Kontakt mit den Einsatzkräften vor Ort und helfen, wo wir können. Unsere Experten sind vor Ort, um die Unfallursache gemeinsam mit der Polizei zu ermitteln. Die Bundesinnenministerin hat sich im Auftrag der Bundesregierung von der Innenministerkonferenz in Würzburg aus mit dem Auto auf den Weg gemacht und wird heute Abend noch an der Unglücksstelle eintreffen. Ich hätte mir heute selbst gerne ein Bild von der Situation verschafft und meine Anteilnahme ausgedrückt. Man hat mir mitgeteilt, dass die Region von Berlin aus heute nicht mehr mit dem Hubschrauber angeflogen werden kann, da ein Extremwetterereignis sich vor Ort abspielt. Ich werde daher morgen gemeinsam mit Bahnchef Lutz die Region besuchen, mir einen persönlichen Eindruck von der Situation verschaffen und meine Anteilnahme ausdrücken. Die Bilder, die wir alle sehen, sind schrecklich, machen einem tief betroffen und part sprachlos. Und ich darf das sagen, es gilt nicht nur für mich als Bahnchef, sondern auch für alle Eisenbahnerinnen und Eisenbahnern. Und meine Gedanken, unsere Gedanken sind bei den Opfern und ihren Hinterbliebenen, bei den Verletzten, insbesondere bei den Schwerverletzten, die jetzt auch medizinische Versorgung brauchen, auch bei den Rettungskräften, die möglichst schnell die Menschen, die vor Ort noch eben auch aus der Situation befreit werden müssen, möglichst schnell auch entsprechend befreien. Und insgesamt unterstützen wir natürlich die Untersuchung der ermittelnden Behörden nach besten Kräften. Und ich glaube, heute ist tatsächlich auch der Tag, erst mal bei den Menschen vor Ort zu sein und ihnen alles erdenklich Gute zu wünschen. Und ich glaube, heute ist es auch der Tag, erst mal bei den Schwerverletzten,